Sagt ja, in Samnauen kann man als Mann sauen. Und das werden wir heute Abend tun. Viel Spaß dabei. Das ist Saschas Gage. Das ist ein bisschen größer. Das ist meine Gage. Und hier ist Zümpel. Und hier sind wir im Shoppingzentrum, Dutty Free. Unglaublich. Mit der schöne Schneid hier. Schön geschneid und kalt ist die Sau. Hier sind die Berge. Da machen die extra für die ganzen Urlauber. Ich meine, wenn wir betonen, es ist gerade Juli. Da schippen die ganzen Schnee für die Urlauber hierher. Das ist unglaublich. Was das kostet. Und wer die Arbeit sich macht. Riesenleinwand. Riesenleinwand. Sascha, würdest du diesen Job machen? Nein. Das ist mir echt zu kompliziert. Also Schneeschieber in Samnauen. Wenn ihr einen Fanjob sucht, Schneeschieber in Samnauen, das wäre was. Hier kommt so eine Art Märchen. Oh, das muss man sich machen. Das ist eine Art Märchen-Schloss-Center. Das ist surreal. Das ist nur die Front. Dahinter ist ein Campingplatz. Und da freden sich die Leute den Arsch ab. Und hier wisst ihr, was die Glocke geschlagen hat? Selbst die Hunde haben Pelze. Selbst die Hunde tragen den Nerz. Freunde. Freunde. Ich glaube, wir sind ein Dati-Free-Paradies. Ich kann nicht das machen. Im Flutschengladen meine Hunde ist. Und hier, hier sind die ganzen. Ich will ein bisschen machen. Ich will einen Film machen. Ich will nach dem Übergang. Ich will eine neue Uhr. Ich suche eine Uhr die heißt Urgemütlich. Ich würde hier wahrscheinlich nie helfen. Und das ist die Urgestein. Wenn Sie mal kurz hier zeigen, das ist die Urgestein. Lass uns nach unserer Show mal herkommen. Erst die Garage abholt und dann zuschlagen. Und hier haben wir noch ein neues Modell, die Urmensch. Das ist eine Uhr, die ist geteilt, das heißt die Urteil. Das ist die Urteil. Gibt es auch Uhr, Arne? Das sieht aus wie Tränen. Und jetzt kommen wir zu meiner Abteilung. Sonnenbrillen. Der war gut. Paradies. Paradies, Sonnenbrillen bis zum Gatno. Ja. Wie Bruno. Wie Herr Tentlagerfeld. Wie Herr Tentlagerfeld kann Lagerfeld. Wie Bruno von U2. Wir werden das machen wie die DJs. Ab 16 Uhr, wenn man uns anruft, gehen wir nicht ran. Da legen wir auf. Wir sind hier auch in der Smuggler-Halph. Halbe Stunde sind wir hier aufgeregt. Und wir sind dabei. Das war der Sascha. und wir sind hier aufgeregt. Tschüss. Der DJ kriegt genauso wie ich, sag mal was! Der DJ kriegt genauso wie ich, sag mal was! Der DJ kriegt genauso wie ich, sag mal was! Der kriegt genauso wie ich, sag mal was! Die gleich kaputte Stimme wie ich! Die gleich kaputte Stimme! Er hat wohl ein paar Leute auf der Stimme, was? Er hat immer gehofft! Die geschrieben, was? Hölle, Hölle, Hölle! What the fuck is Hölle! Das ist ein Polo-Tisort! Ich bin beim Enser-Seis! Ja, sag, die holen wir aus dem Reichen! Ihr braucht ein Reparaturbier und dann geben wir schon Gas! Warte, 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 hier! Hört man wirklich! Gut für die Stimme! Die Enser-Bassil! Ja, nimm dir mal eine! Ja, nimm dir mal eine! Und zwar hier im Sammlauen, Entschuldigung, in der Schweiz! Nimm die Sendung? Ja! Wieso Sendung? Ich wiederhole nochmal! Also, kann man raus sein später! Okay, los! Wir sind hier in Sammlauen in der Schweiz und freuen uns über hier zu sein! Wir schwenken über zu unserem Freund aus der Schmuggleralm! Robby Williams! Ja! Und hier mit Sammlauen! Hallo, grüß euch! Herzlich willkommen hier in Sammlauen! In der Schmuggleralm der Noah 1 in Sammlauen, ja! Und wir hören jetzt bald hier oben! Zick-zack! Richtig! Unsere Lieblings-Band! Und eure einzige wahrscheinlich! Wenn Sie jurellen die Bühne! Da war gerade Nicole Scherzinger am Willenpunkt! Nicole Scherzinger? Ja! Und hier! Robby Williams! Robby Williams und Nicole Scherzinger! Singt ihr mal euer Duett? Ja! Die Bühne ist super! Hahaha! Na ja, Leute, ihr habt ja ganz! Robby Williams! Robby Williams und Bonus! Robby Williams und Nicole Scherzinger! Spreng! 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 Dann singen alle Mann dasselbe noch einmal! Oh, der ist zu! Oh, oh, tiramisu! Tira ... Tira ... Tira ... Tira ... Tira visu! 사람�on đovi Wir haben einen Freund aus Bonn! Manuell! Ehhh! Das ist trampindre trin! Genau! Hi Mister! Manuell, möchtest du deinen Freunden in Berlin ein Gruß взять? Bei ihm Quem? Auf jeden Fall! An ihm? An wel ich? A Manuel! Nein! Ja, du bist doch Manuel. Nee, warte. Also, wir spielen das nochmal. Beate. Die Beate gibt ein Gruß an Manuel. Wuh! Hey! Was soll, hast du, hast du deine Beziehung zu machen? Ich war so ein bisschen, hast du gesehen schon. Die Beziehung ist nicht groß, verlässt du dich. Transvestit. Das ist top secret. Auch Mallorca. Mallorca gibt seine Freundin, die heißt Mallorca Schulze. Zensiert. Ja, aber ein ganz süßer. Freunde, das war... Werte. Beate aus Bonn. Aus Bonn. In diesem Sinne. Der BKW. Grüß deine Freundin in Berlin. Ja, machen wir. Zixi Klajev in Samnaun. In Wiener. Ein Dankeschön, das sind der Gäste, 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 der Gäste. Oh na 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 Es wird, es wird! Das ist keine Freude! Das ist meine Kinder, ja? Oh, du! Wie ist die Schärfte? Die ist einfach nur die Schärfe? Nee, es ist nur die Schärfe! Ja, ja, ja! Wir haben ja Pause jetzt abgenommen, beim Spiel kann man nicht filmen, aber du redest davon und ich zeig euch mal meine Gage, macht mal auf! Ha, 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 ha! Es ist alles! Wollen Sie aber auch schon besser bis kalt, oder? Ja, ja! Aaaaaaaaay! Get it out! Get it out! Get it out now! I can't get no sleep! I can't get no sleep! Alle versäuchen, aber gut zusammen. Alle versäuchen, gut zusammen, gut zusammen, gut zusammen, gut zusammen.